Aber zuerst haben wir eine Rede von Alessandra Corab. Sie ist eine Indigene aus dem brasilianischen Amazonas. Und sie ist hier, um mit euch zu sprechen. Riechen Applaus! Mein Name ist Alessandra Munduruku, und ich komme aus der Amazonas. Brasilien wird gerade gebadet in dem Blut der indigenen Völker. Und das hat schon begonnen mit dem ersten Fußschritt, den die Europäer auf brasilianischem Boden getan haben. Und wir werden die indigenen Völker umgebracht, und auch die Völker der Wälder. Heute wird unsere Amazonas jeden Tag und jede Minute bedroht. Durch Goldabbau, Abholzung, Sojaanbau, Rinderzucht, Bergbau, Staudämme, Eisenbahntrassen und nicht zu vergessen die Verladehäten. Der brasilianische Präsident, er mag keine Indigenen, und er mag auch keinen Wald, und er mag auch keine Flüsse. Und er mag auch kein Land mehr von uns demarkieren und verkauft unser Land an die USA. Er macht uns aus unserem Haus, um sein Todesprojekt durchzusetzen. Wir werden mit Agrargiften vergiftet und vernichtet und von Quecksilber ermordet und in Müll erstickt. Unser Amazonas brennt für Rinderweiden, für Sojaanbau, für Mais, für Europa. Und unsere Amazonas brennt für die Staudämme und für Eisenbahntrassen. Man will uns unser gutes Leben leben, Leben nehmen und unser Haus und unseren Fluss. Und deswegen, aus diesem Grund bin ich von so weit, von meinem Haus, von meinem Volk, von meinen Kindern hierher gekommen. Um zu sagen, um zu sagen, dass dieser Kampf, dabei geht es nicht nur um den Kampf der indigenen Völker. Der Kampf ist unser aller Kampf. Er ist unsere Mutter Erde, die uns unser Leben gibt und unsere Ernährung sichert. Wir haben nichts mehr, ist unsere Basis dafür weg. Die Erde ist krank. Die Erde ist krank. Aber ich bin hier, um euch zu sagen, Und man kauft nichts mehr, was aus Brasilien kommt und wo indigenes Blut dran klebt. Es ist nicht nur ein Kampf der Indigenen. Und unsere Kinder, die nächsten Generationen, sterben wegen des Kapitalismus. Wir sind hier, um das Zukunft für uns zu defender. Und ich bin hier, damit wir gemeinsam unsere Zukunft verteidigen. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Lutai, ihes ischit. Saue. Kampf ist Widerstand. Saue. 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 weil das Telefon ist auch eine Arme, um zu defendern unseren Territorium. Alessandra möchte gerne mit euch jetzt ein Foto schießen, weil sie sagt, die Hände sind für sie eine ganz wichtige Waffe im Kampf zur Verteidigung der indigenen Völker. Macht ihr das mit? Ich möchte das für meine Bevölkerung und sagen, dass wir nicht alleine sind. Und sie möchten dieses Foto mitnehmen für ihr Volk, um ihm zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, sondern dass ihr dabei seid. Ich möchte sagen, dass mein Bevölkerung erinnert, dass sie so gut sind, die Leute zu kämpfen und zu defendern. Und mein Volk dankt den Leuten, die uns bis jetzt immer so toll unterstützt haben. Vielen Dank! Ich bin so glücklich, dass du eine Mutter, dass du eine Frau, dass du eine Frau, dass du eine Mann, dass du eine Mann, eine Mann, eine Mann, eine Mann, die nicht abläuft. Und ich bin stolz darauf, eine Mutter zu sein, eine Frau und eine Kämpferin und hier zu sein. Ich bin so glücklich, dass du sie anzustellen. Und ich bin so glücklichICK, dass du sie an devenir Menschen mit dem mit dem Menschen materials gehen additionalppingen. Und ich bin so glücklich, dass du sie selbst erinnern möchtest. Und ich bin so glücklich. Von einemher half Britney, dassphasionen Linganta IS 사용 puntos wool. Und ich bin so glücklich. Weil ich sie hairlandos lesz und die Polizei Jag capする und RegenOFF drove. Und ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich gratifiziert. Vielen Dank.